Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir hören heute rein bei Freitag von Nina Chuba. Heute ist auch Freitag. Nee, es ist noch Donnerstag. Kacke. Sorry, Freunde. Es ist noch Donnerstag. Aber es ist quasi Freitag, ja. Ich freue mich sehr drauf. Heute Nacht werden wir zusammen abchecken. Rin und Nina Chuba zusammen mit AMG. Und natürlich auch Domitianer und BadmomsJay zusammen. Und das heißt, bleibt wach, Freunde. Bleibt wach. Um 0 Uhr direkt, bam, 0 Uhr 20 werden die Reactions online sein. Freut euch also drauf. Ich bin 10 aus 10 gespannt und freue mich jetzt aber auch erstmal hier reinzuhören bei Freitag. Ich muss dazu sagen, ich war ja auf dem Release-Konzert von Nina eingeladen. Checkt dazu gerne mein Instagram ab und mein TikTok. Da kommt morgen noch ein kleiner Vlog von online. Und ich habe da die meisten Songs schon gehört, ja. Ich muss dazu aber auch gestehen, wir waren ganz oben in so einem Bereich quasi, wo der Sound nicht optimal war. Weil der beste Sound war logischerweise unten für die Menge, für die, ich glaube, knapp 1000 Leute, die ein Ticket in der Box hatten, ähm, die unten in der Menge waren, ja. Da war der Sound optimal. Man hat oben nicht ganz so viel verstanden, was auch völlig fein war. Ähm, und deswegen kann ich die Songs vielleicht hier so ein bisschen da, habe ich schon irgendwas gehört, was mir auf jeden Fall zugesagt hat, äh, an Songs, die ich noch nicht kannte. Trotzdem habe ich, ähm, bei weitem nicht alles mitbekommen. Ich war zwischendurch auch auf Klo und sie hat auch, äh, auf jeden Fall nicht jeden Song vom Album gespielt. Von daher, äh, kann es aber sein, dass ich jetzt sage, ah, warte mal, da klingelt irgendwas in meinem Hinterkopf, äh, habe ich vielleicht schon mal ein bisschen mitbekommen nebenbei. Ansonsten, Freunde, äh, ich hatte so oder so, ich hatte natürlich, ne, den ein oder anderen Wildberry Lele eventuell auch schon getrunken gehabt. Deswegen weiß man nicht, äh, ob überhaupt was hängen geblieben ist. Äh, ich freue mich jetzt darauf reinzuhören, auf jeden Fall bei Freitag, äh, 2 Minuten und 8 Sekunden. Let's go. Den Track haben wir, als wir uns, ähm, den Album-Sneakpeak angehört haben. Den haben wir gehört und ich war sofort verliebt in diesen Song. Weil der so einen geilen Vibe hat. Hat alles zu bieten, als wäre es Nanu-Nana, diesen Laden gibt es, ne, da kann man so Deko-Sachen kaufen. Check ich nicht. Ich geh da nicht, ich find da nichts. Da gibt's nur Kerzen gefühlt, keine Ahnung. Ich lieb's, wie ihre Stimme sich hier anhört. Junge, das ist so ein Bagger-Song. Es ist immer in der Stadt und ich hab Eis und Tee, ganz egal, was du machst. Pack deine Sachen, hau ab, das hat Montag mal zu tun. Was sind das? Sind das Trompeten, Saxophon, alles mögliche. Passt sehr gut in den Song rein. Geiler Vibe. Pack deine Sachen, hau ab, das hat Montag mal zu tun. Als ob es Freitag ist, steig klein und wir cruisen entspannt. Boah, was war das für ein geiler Übergang? Als ob es Freitag ist, Steig klein und wir cruisen entspannt. Wo es hingeht, hast du in der Hand. Skinny-Dip in den Pool oder Strand. Oder auch das ganze Touri-Programm. Ich finde, sie schafft es unglaublich gut, diesen Vibe mitzugeben von Mach dir keine Sorgen um dein Leben. Sei unbeschwert, alles ist gut. Lass heute mal alle Sorgen vergessen und einfach glücklich sein. Und diesen Vibe hab ich voll oft in ihren Songs und auch in diesem wieder, dass man einfach Bock bekommt, all seine Probleme zu vergessen und halt kurz einfach mal einen Tag, bam, gute Laune haben. So, wisst ihr? Geil, Leute gehen Gassi und wir gehen vor die Hunde. Coole Zeit. Dass du dich wieder erinnerst, wir haben nichts zu verlieren. Wir sind für immer die Gewinner. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie da so ganz nah am Mikrofon war und alle gerade wussten, es ist der Mega-Hit, der gerade aufgenommen wird. Es ist Sommer in der Stadt und ich hab Eis im Drink. Ganz egal, was du machst, pack deine Sachen, hau ab. Das am Montag, mach so tun, als ob es Freitag ist. Also Baby, komm schon, dass du mit der Zeit verbringst. Es ist Sommer in der Stadt und ich hab Eis im Drink. Ganz egal, was du machst, pack deine Sachen, hau ab. Das am Montag, mach so tun, als ob es Freitag ist. Das ist auch so eine gute Zeile. Das am Montag, mach so tun, als ob es Freitag ist. Schlag. Auch vom Instrumental her, wie gesagt, super, super strong. Stark, holy shit, sehr, 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 sehr stark. Boah, ey, hat einfach übel Bock gemacht, hat einfach übel Bock gemacht. Ähm, und für mich, ich hab gerade so drüber nachgedacht, für mich auf jeden Fall, also vom Vibe her ein bisschen ähnlich wie Solo, aber für mich stärker als Solo auf jeden Fall. Weil ich hier die Instrumentals, Junge, boah, die Instrumentals, die geused worden sind, geil, 10 von 10 und der Vibe 10 von 10. Einziges Mankow-Wieder-Song, ein bisschen zu kurz. Ich mag ja ein bisschen längere Songs immer gerne, aber so oder so hat der Vibe einfach zu gut gestimmt, dass ich mich jetzt hier irgendwie beschwören, beschweren kann oder möchte. Von daher bin ich einfach nur glücklich, sag ich so, wie es ist, ja. Aber, Freunde, ich hoffe, ihr habt heute einen wunderschönen Tag, ja. Äh, bleibt auf jeden Fall wach, wie gesagt, wir haben noch Nina Chuba mit Rin zusammen und Domitiana mit Bad Namaste zusammen heute Nacht und noch einiges anderes, was rauskommt. Also, freut euch drauf, ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ein kleiner Flitzebogen, so wie ich es auch bin. Und, äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer natürlich und ciao. Bis zum nächsten Mal.